Rudolf Essek war ein deutscher Film- und Theaterschauspieler. Leben! Essek ging direkt von der Schulbank zur Bühne. Seine erste Verpflichtung führte ihn 1901 ans Zürcher Central Theater. Nach einem Abstecher ans Apollo Theater von Bern in der Spielzeit 1902-03 kehrte der gebürtige Wiesbadener 1903 nach Zürich zurück und nahm ein Engagement vom Stadttheater an. 1905 wechselte Essek nach Heidelberg, 1908 nach Würzburg, 1909 nach Breslau, 1912 nach Essen und im Jahr darauf nach Zitau. Im selben Jahr gab Essek mit der Hauptrolle des Martin Luther in Erwin Barons historischem Drama Die Wittenberger Nacht, die gell seinen Einstand vor der Kamera. Kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs eingezogen kehrte Rudolf Essek 1915 an die Bühne zurück. In Karlsruhe blieb er bis 1921. In dieser Zeit kam Essek für Filmrollen mehrfach nach Berlin. Anschließend ging Rudolf Essek auf Tournee und folgte weiteren Verpflichtungen an Spielstätten in Zürich, Leipzig und Königsberg. In Berlin ließ er sich mit Beginn des Dritten Reichs nieder. Dort fand Essek erst ab 1934 wieder regelmäßige Arbeit am Theater, stand aber bereits seit dem vorhergehenden Jahr regelmäßig vor der Kamera. Wie auf der Bühne spielte Essek im Tonfilm durchgehend Chargen von Klein bis Kleinstformat. Man sah ihn als Rechtsanwalt und als Hoteldirektor, als Lord und als Kapitän, als Chorepetitor und als Kellner, als Sanitätsrat und als Rezeptionschef, als Clubdirektor und als Clubdiener. Als Essek starb war er gerade am Berliner Künstlertheater engagiert. Filmografie